Ja, hallo und willkommen hier zur siebten Folge Supremacy 1914 mit Spanien auf der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 10 und wir stehen auf Platz 3 mit 103 Siegpunkten. Ja und die letzten Tage liegen sehr erfolgreich. Wir haben jetzt Griechenland komplett eingenommen, sind jetzt auch mittlerweile in Italien einmarschiert, werden jetzt hier heute hoffentlich auch die letzten Provinzen einnehmen. Hier noch eine riesige Armee, die wird dann auf jeden Fall nochmal spannend. Ansonsten müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie wir dann weitermachen. Also der Plan ist es jetzt, dass wir hier relativ schnell die neuen Armeen sammeln, hoffentlich dann auch bald die ersten Artis haben. Na gut, das dauert noch einen kleinen Moment, ist jetzt aber auch noch nicht ganz so dramatisch. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich Richtung Ukraine bzw. Richtung Polen gehen. England geht jetzt hier Richtung Norden, wird Schweden einnehmen und ich denke dann ist für uns Polen-Ukraine eigentlich ein guter Draht. Und dann können wir hier so in die Richtung weiter Richtung Asien gehen. Ich denke, ich werde das auch so mit der Koalition kommunizieren und ich denke, dass das eine sehr gute Geschichte ist. Ansonsten haben wir noch ein bisschen was an Material übrig bzw. wir haben sehr viel Holz. Wir werden mal wieder ein bisschen was in Eisen stecken und ich möchte gerne noch die ein oder andere Eisenbahn in Auftrag geben. Aber ich sehe gerade, wir haben eigentlich in den wichtigen Sachen überall jetzt schon Eisenbahnen gebaut. Hier fehlt dann auf jeden Fall noch einer, aber das machen wir nachdem die Fabrik fertig ist. Dann würde ich sogar sagen, bauen wir hier nochmal eine. Dann bauen wir die weiter. Dann machen wir das so. Hier genau, hier wird gebaut. Hier wird auch oder hier ist sogar schon gebaut. Genau, dann machen wir das so. Gut, ansonsten gucken wir mal ein bisschen in die Welt. Wir sehen in Amerika, Mexiko und Britisch-Columbia wirklich sehr groß geworden. Wir sehen in Südamerika, Piratini, Peru, Venezuela und Ecuador, was die führenden Nationen hier angeht. Wir können ja nochmal hier auf die Koalition gucken. Die hat sich nicht vergrößert. Das ist prinzipiell erstmal gut. Ansonsten sehen wir in Asien hier die altbekannte Koalition, die sich hier ausbreitet. Ich hoffe sehr, dass wir das hinbekommen. Ich bin aber relativ guter Dinge, wenn wir jetzt mal auf die Koalition gucken, sehen wir, dass die asiatische Koalition knapp halb so viele Provinzen hat wie wir. Das sollte auf jeden Fall passen. Und man muss ja wirklich jetzt noch sagen, wir kriegen Australien noch mit rein. Und das wird auf jeden Fall ein Game Changer. Ich denke, das wird eine sehr gute Sache. Er kann dann vom Süden her angreifen. Wir greifen hier von Westen an, sodass wir hier auf jeden Fall eine gute Möglichkeit haben. Ich gehe mal auch davon aus, dass es jetzt noch hier so ein, zwei Tage dauern wird, bis wir mit, oder bis unsere Koalitionspartner hier mit Afrika komplett fertig sind. Und dann können wir uns auch ohne Probleme auf Asien konzentrieren. Ägypten jetzt hier mittlerweile schon mit Pakistan im Konflikt. Das lief gestern für Pakistan auch wirklich gut. Mittlerweile hat Ägypten hier jetzt seine Truppen mobilisiert. Es sieht jetzt wieder deutlich besser aus. Die ersten Truppen sind hier jetzt auf dem Weg. Die Verstärkungstruppen sind alle da. Wir sehen hier sogar schon eine Artie und ein Panzer unter Mobilisierung. Also Afrika setzt hier auch ein bisschen was an Boosterkarten ein. Das ist aber völlig okay. Das hält sich, finde ich, noch im Rahmen. Wir selber setzen natürlich keine ein. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Genau. Also wir werden jetzt hier in Südeuropa noch für klare Verhältnisse schaffen. Dann gehört uns eigentlich das Mittelmeer mittlerweile schon komplett. In zwei Tagen kriegen wir dann auch, beziehungsweise in anderthalb Tagen, unsere ersten Kreuzer rein. Der uns da auf jeden Fall helfen wird. Einen Tag und 14 Stunden. Dann sind auch die ersten Artis fertig. Theoretisch könnte man auch überlegen, ob man hier, okay, hier bauen wir noch eine. Und vielleicht sogar noch eine Fabrik dann hier weiter im Osten baut. Das wäre theoretisch auf jeden Fall eine gute Sache. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Wir müssen nochmal gucken, welche Provinz wir nehmen. Wir nehmen die hier. Dann haben wir hier einfach eine gute Sache. Also wir setzen jetzt hier mal die drei Goldmark ein. Die ist mir immer zu doof. Jetzt warten. Dann können wir das nämlich hier direkt so einstellen. Und dann haben wir hier auch nochmal eine Fabrik in Bau. Wir kriegen bis morgen auch, denke ich mal, nochmal ordentlich was an Stahl rein. Wir können ja nochmal auf den Preis gucken für 24. Das kaufen wir auf jeden Fall. Ansonsten würde ich sagen, kaufen wir einfach nochmal ein bisschen Holz nach. Auch das ist nicht verkehrt. Und wie sieht es beim Öl aus? Da können wir ein kleines bisschen verkaufen. Aber dann sieht es hier auch schon wieder nicht mehr so gut aus. Gut, damit würde ich auf jeden Fall sagen, beenden wir die Folge. Die ist heute mal wieder ein bisschen kürzer. Ihr kennt es, es ist nicht so viel los. Ich bin nicht so der Fan von den Ewigkeiten in die Länge zu ziehen. Einfach nur, um hier eine lange Folge zu haben. Das bringt auf jeden Fall nichts. Was ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen kann, schaut doch mal in die Videobeschreibung. Da gibt es einen Link zu unserem Community Discord. Da planen wir immer coole Events. Da findet sämtliche Kommunikation statt. Ihr könnt auch mit anderen YouTubern schreiben. Also nicht nur ich bin auf dem Discord Aquila, sondern auf dem Discord S-Kicker, Gilla und Follow Chris. Wir sind alle zu fünf da in dem YouTube-Team, wie wir uns nennen. Und wir organisieren für euch mit Beidrow gemeinsam immer regelmäßig Events. Es wird noch viele, viele Sachen geben. Nicht nur in Supermacy, auch in anderen Games. Schaut da also auf jeden Fall rein. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und genau, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch da stellen. Ihr könnt Feedback an Beidrow senden. Ihr könnt uns Projektideen zukommen lassen. Ja, also ihr habt viele, viele Möglichkeiten. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, da einfach mal reinzuschauen. Und genau, damit würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.